Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und wir bewerten alle Songs von Alligator und zwar nach Erscheinungstermin. Wir haben letzte Woche das Album Attentat thematisiert und heute thematisieren wir das Album Schlaftabletten Rotwein 1, also Schlaftabletten Rotwein. I-N-T-R-O, qualitativ ist das Ganze schon mal ein kleiner, aber gut hörbarer Schritt nach vorne im Vergleich zum vorherigen Album, muss man auf jeden Fall sagen. Ein Intro-Song, der thematisiert ein Intro zu sein und die Zeile, erstens kommt es anders und zweitens deine Mutter. Genial, was will man dazu noch sagen? Genial, 5 von 10. Du Schmutz, ein Song, bei dem ich mir gedacht habe, okay, qualitativ hört sich das wieder sehr nach Attentatzeit an, der Beat selber hört sich auch sehr nach Attentatzeit an und wahrscheinlich ist der auch zu dieser Zeit entstanden. Ja, ähm, Textinhaltlich, pah, Audioqualität, pah, ähm, Song selber, hm, ist okay, 2 von 10. Schwule Cruise 1 bis 3 ist besser als der Triple-Penis-Dreiteiler von Attentat meiner Meinung nach, allerdings ist kein enormer, krasser Schritt nach vorne, es ist hörbar. Man muss es aber nicht hören, so. Man kann die alten Alben hören, das ist ganz cool, um mal so in diese ganze Alligator-Geschichte, was er früher gemacht hat, so um da mal ein bisschen reinzukommen. Aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was man sich so einmal die Woche geben kann. 3 von 10. Wieso fickst du mit ihm? Ist ein ganz cooler Song, die Hook geht auf jeden Fall sehr gut ins Ohr, aber das Feature, also der Feature-Gast, ATM, jetzt mal ehrlich, das ist doch Paradox. Also, beim letzten Teil habe ich das ja vermutet, aber das klingt eins zu eins wie Paradox. So, vielleicht ist das auch total offensichtlich und alle wissen das. Bitte schreibt es mal in die Kommentare, ist ATM Paradox gewesen? Macht der, ich glaube, der macht gar nichts mehr. Man hört auf jeden Fall gut raus, finde ich persönlich, dass Paradox damals qualitativ auf einem bisschen höheren Niveau als Alligator selber war. Sowohl was die Qualität angeht, als auch der Flow selber. Der Song an sich gefällt mir ganz gut. 5 von 10. 3 Schwänze. Wir haben hier, glaube ich, wieder einen Song, der zur Zeit vom Attentat-Album entstanden ist. Das macht aber auch Sinn, weil die STRW-Reihe war ja eigentlich eine Ansammlung an Songs, die innerhalb von einem gewissen Zeitraum entstanden sind. Das ist wie ein Mixtape eigentlich. STRW ist ja eigentlich mehr wie ein Mixtape und deswegen macht das auch schon Sinn, dass wir hier qualitative Unterschiede haben. Qualitative Unterschiede? Ähm, ja, der Song... Ja, naja, 2 von 10. Halloween. Vor allem der erste Part, da ist mir am extremsten aufgefallen. Klingt ein bisschen so, als würde man den zu Hause im Kinderzimmer aufnehmen und extra leise rappen, damit Mama und Papa das nicht hören. Und der Song ist grauenhaft. Allerdings so grauenhaft, dass es schon irgendwie wieder trashig ist. Also er ist nicht komplett scheiße, sondern er ist so trashig schlecht. 1 von 10. Mutterfick-Song. Bei einem Song mit solch einem Titel habe ich persönlich sehr hohe Erwartungen, weil ich teilweise sehr stumpfsinnig bin und denke, Beleidigung, geil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Feature-Gast, der den ersten Part rappt, das Ganze so ein... Er redet. Er redet. Er rappt, nicht er redet. Und ich war mir erst eigentlich sicher, dass das gewollt ist, dass das ein Stilmittel in dem Song ist. Aber Alligator float relativ normal. Deswegen bin ich mir nicht mehr sicher. 1 von 10. Der Anschlag. Der Feature-Gast in diesem Song ist G.O. Style. Und ich verstehe den einfach so gut wie gar nicht. Und leider kann auch ein Alligator diesen Song nicht retten. 0 von 10. Musik mit Ausdrücken. Ja, man kann sich schon denken, dass dieser Song mich sehr anspricht. Weil, haha, Ausdrücke geil. Und ja, der Song ist gut. Der Song ist wirklich gut. Wir haben hier sehr schön gesetzten Double Time. Wir haben ein Sample vom echten Gangster. Und außerdem wird South Park der Film gesampelt, was auch total geil ist. Und auch diesen Song würde ich so gerne neu aufgenommen hören zur heutigen Zeit. Alligator, kannst du nicht bitte einfach mal so ein paar alte Songs nehmen und sagen, hey, die recorde ich jetzt neu. So wie Eskimo Callboy. Das war cool. Bitte mach das. Mahams. Ähm, ein Song auf den Beat, auf das Instrumental von My Humps von Black Eyed Peas. Das ist einfallsreich. Mahams. Also ich find's wirklich funny. Der Text ist auch ganz gut. Äh, halt total bescheuert. Bescheuert gut. Und wir hören einfach da schon sehr gut raus, wie verständlich ein Alligator rappen kann, auch wenn er mal ein bisschen schneller rappt. Gut, gut gemacht, gut umgesetzt. 4 von 10. Am Tag. Und irgendwie stehe ich total auf diesem Beat. Ich weiß nicht, ich find diesen Beat total geil. Und Alligator macht hier wirklich meisterhaft Bushido nach. Das ist absolut krass, wie gut er Bushido nachmacht. Und an alle Fans, die vielleicht hauptsächlich den neuen Alligator kennen und sich denken, hey, bei Denk an die Kinder, da ist er am Schluss ganz schön witzig so ein bisschen nachgemacht worden. So ein paar verschiedene Musiker. Am Tag. Damit hat alles angefangen. Hört euch das gerne mal an. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein Song, wo hier gebytet wird, in Anführungszeichen, ein Rapper nachgemacht wird. Aber da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist, am Tag Hörempfehlung. 6 von 10. Keine Chance und oh Gott, nein. Wir haben hier wieder einen Text, der den Song fast schon wieder ein bisschen trashig macht. Aber nein, nein, nein. 0 von 10. Einen drauf. Yay, ein Gitarrenbeat. Und die Grundidee zu diesem Song ist eigentlich total geil. Denn es geht darum, dass man immer nochmal einen drauf setzt. Und die Idee ist gut. Und die ist auch gut umgesetzt. Nur leider Abzug durch mangelnden Hörgenuss. 4 von 10. Die Gangster und der Terrorist. Leider mein absoluter Tiefpunkt vom Album. So substanzlos, dass ich eigentlich gar nichts zu dem Song zu sagen habe, wirklich. Der ist einfach nur schlecht und die Feature-Gäste sind sehr schlecht. Leider 0 von 10. Schlaftablettenrotwein. Ein Song, der titelgebend für eine inzwischen fünfteilige Album-Reihe ist. Ist ja nur die Frage, wie gut ist dieser essentielle Alligator-Song, der so essentiell ist, dass 5 Alben danach benannt worden sind. Ganz gut. Ganz gut. Auch hier ein Track, den ich mir sehr gerne mal 2020 anhören würde. Im Sinne von neu recorded. Im heutigen Stil. Wird mich mega interessieren. 4 von 10. Wir geben nicht auf und auch hier wieder ein eher älterer Song. Das hört man an der Qualität eben raus. Textlich ganz nett ist okay. Ich freue mich einfach nur, bis wir zu den moderneren Alligator-Alpen kommen. So eigentlich schon ab STRW 2 war es ganz cool. STRW 2 in Gottes Namen. Wir kommen ja noch dazu. Wir kommen noch dazu. 2 von 10. Dunkel war es. Der erste Song, in dem wir richtig schön raushören, in welche Richtung Alligator sich entwickeln wird. Absolut musikalischer Song mit Gitarre. Ohrwurmhook. Absolut durchdachter und genialer Text. Ist einfach nur absolut geil. Der Song ist meiner Meinung nach so dermaßen gut, dass er trotz mangelnder Audioqualität eine 10 von 10 bekommt. So dermaßen geil ist dieser Song. Deswegen war er wahrscheinlich auch auf dem 10 Jahre Alligator Best-Off-Album drauf. Eben, weil er so dermaßen geil ist. Bitte neu aufnehmen. Happy Slapping. Auch wieder ein eher battle-lastiger Rap-Presenter-Song. Ist nicht scheiße. Ist nicht herausragend. 2 von 10. Kult. In Klammer Outro. Das Quiz am Ende. Oder in der Mitte von diesem Outro-Track. Genial. Das ist wieder auf so eine witzige Art durchdacht. Gut umgesetzt. Schließt das Album als Ganzes ganz gut ab. Ja. Ist aber auch nur ein Outro. 3 von 10. Und ich weiß, es klingt wieder alles so extrem negativ. Aber wie auch schon in der letzten Folge ein paar Mal gesagt. Man wird hier eine extreme Kurve nach oben sehen. Weil Alligator qualitativ von okay so durch die Decke geschossen ist. Vertraut mir. Wir machen am Ende immer eine Albumauflistung mit der Bewertung jetzt noch. Das tue ich gleich hier dann noch einfügen. Dann ist das das. Übrigens die Durchschnittsbewertung von dem Album. Und das hier ist die bisherige Durchschnittsbewertung der bisher bewerteten Alben. Wunderschön. Und jetzt seid natürlich ihr dran. Videobeschreibung, SRG und C. Kommentare, SRG und V. Eure Bewertung dahinter gerne auch detailliert. Und ja. Ansonsten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne positiv bewerten. Diesen Kanal. Auch wenn ihr für Musik-News für alle Songs bewertet. Von jetzt Alligator. Danach wahrscheinlich Trailer Park. Aber das Ganze schon mal gemacht. Fahren Urlaub und Ärzte. Playlist gibt es auch da oben. Denke ich. Wenn ich es nicht vergesse. Wahrscheinlich vergesse ich es. Mein Name ist Chris. Das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben.